Vor drei Wochen von Sendepause. Der Typ ist nicht super bekannt oder hat nicht super viele Abonnenten, aber er hat ein Video hochgeladen mit dem Titel Der toxische Nostalgie-Trend auf Social Media. Und ich fühle das voll. Ich fühle das voll. Also hier, Sunny Morning in 2012. Bruder, das ist ein Fenster. Als ob im Jahre 2024 die Sonne nicht mehr scheint. Damals, wo es noch Spielzeuge und Eis gab. Nostalgie-Trend. Heutzutage kommt man auf Social Media gar nicht mehr daran vorbei, ohne einmal auf so ein Video zu stoßen. Oh nein! Millionen von Aufrufen und viele Shares. Die Menschen scheinen es zu lieben, während die Kommentare aber etwas anderes sagen. Macht das Schwelgen in Erinnerungen traurig oder noch schlimmer? Kann Nostalgie vielleicht zu einer Depression führen? Ich habe mir den vermeintlich harmlos... Ich finde das voll interessant, ne? Also Nostalgie kann sowohl eine positive Gefühle triggern, es kann aber auch negative Gefühle triggern. Bei mir zum Beispiel ist das so, es triggert nur positive Gefühle. Wenn ich über etwas nachdenke von damals, bezüglich, keine Ahnung, irgendwelchen Kinderserien, die ich gerne geguckt habe, oder Mario 64 oder was auch immer, dann denke ich, boah, das war schön. Aber ich habe da nicht irgendwie im Anschluss dieses, oh, heute ist alles so scheiße. ...losen Nostalgie-Trend näher angesehen. Lasst uns anfangen. Es hat mich schon länger beschäftigt, warum mich immer wieder diese Videos runterziehen. Bin ich der Einzige, dem es so geht? Also bin ich auf YouTube gegangen und habe dort... Ich finde, generell die Frage auf Social Media oder auf YouTube oder wo auch immer, bin ich der Einzige? Kann man sich auch sparen? Mein Mann ist nie der Einzige, wenn man das fragt. ...nach Videos gesucht. Und guess what? Es gibt kein Video wie dieses hier. Deshalb habe ich lange recherchiert und alles zusammengetragen. Aber lasst uns von vorne beginnen. Das Gefühl der Nostalgie kennt jeder. Aber was genau ist Nostalgie eigentlich? Und wann werden wir wirklich nostalgisch? Als Nostalgie bezeichnet man die Sehnsucht nach der unwiederbringlichen Vergangenheit. Diese kann sich entweder auf das eigene Leben oder aber auch auf nicht selbsterlebte Zeiten beziehen. Dabei wird zumindest das Gefühl dieser Erinnerung wieder total präsent. Meist eine Mischung aus Wärme und einer bittersüßen Emotion, die einfach in einem hochkommt. Studien zeigen... Ich muss aber gestehen, ich hatte bestimmt auch schon mal Situationen, wo ich an früher gedacht habe und es mich zumindest ein bisschen traurig gemacht hat. Weil ich finde schon, wenn man über früher nachdenkt, dann hat man immer das Gefühl, früher waren auf jeden Fall einfachere Zeiten. So, wisst ihr, wie ich meine? ...dass nostalgische Erinnerungen im Alltag vor allem dann getriggert werden, wenn wir alte Musik hören, Bilder anschauen, Gespräche zum Beispiel mit anderen Personen führen oder eben, wenn wir ganz alleine sind und uns einsam fühlen. Einsamkeit oder negative Stimmung sollen tatsächlich die Nummer 1 von den Dingen sein, die nostalgische Erinnerungen auslösen. Aber lasst uns kurz mal einen Blick zurück in die Vergangenheit werfen. Damals gab es da diesen einen Typen, Johannes Hofer. 1688 schon führte dieser den Begriff der Nostalgie ein. Damals aber noch mit dem Glauben, dass Nostalgie eine Art Krankheit... Stain hat geschrieben, heute merkt man, dass man damals kaum richtige Probleme hatte. Ich glaube, dass man diese Probleme einfach vergisst. Unser Körper ist ja, oder unser Gehirn ist ja so konditioniert, dass wir uns langfristig die schönen Sachen merken und die negativen Dinge vergessen oder verdrängen. Und ich merke das bei mir auch so ein bisschen, wenn ich an so eine bestimmte Zeitepoche denke, wo ich 14 war. Und es fühlt sich irgendwie, also mein Gehirn verarscht mich so ein bisschen. Ich weiß, dass es absolut keine schöne Zeit war. Ich habe die meiste Zeit einfach von dem PC gechillt. Meine Eltern haben jeden Tag gestritten. Es war immer laut. Ich dachte immer, es kracht gleich. Ich hatte super wenig Freunde. In der Schule ging es mir auch nicht gut. Ich habe mich mit wenig Leuten verstanden. Und es gab noch so viele andere Aspekte, die komplett scheiße waren. Also im Gegensatz zu damals ist heute alles besser. Und trotzdem, wenn ich über diese Zeit nachdenke, denke ich mir so, boah, Nostalgie. Ich damals vor meinem alten PC im alten Kinderzimmer. Windows XP, boah, Windows XP war so geil. Und romantisiere diese Zeit, obwohl ich aber auch irgendwo weiß, dass diese Zeit vollkommen beschissen war. Es ist so crazy. ...heit wäre. Genauer gesagt, eine Hirnerkrankung dämonischen Ursprungs. Ja, das war leider kein Witz. Heute sind wir zum Glück etwas schlauer und wissen, dass Nostalgie keine Krankheit und auch keine psychische Störung ist, sondern eben einfach eine gemischte Emotion. Neuere Studien haben ergeben, dass wir häufiger in Erinnerungen schwelgen, wenn wir uns schlecht fühlen. Die Nostalgie soll... Ich bin so traurig. Alexa, spiele Women Minimist Musik. Die Nostalgie soll dabei... Das kann nicht sein. Alexa, mach die Musik aus. Willst du mich eigentlich verarschen? Was ist das denn? Ich habe geflüstert und sie hat mich trotzdem gehört. Und warum hat sie Youngmon angemacht? Die negativen Gefühle bekämpfen. Naja, vielleicht nicht so. Nostalgie soll also selbst gar nicht Kummer, Dression auslösen, sondern uns aus schlechten Zeiten raushelfen. Nostalgie ist keine einseitige, sondern vielmehr eine gemischte und damit auch zweiseitige Emotion. Also lasst uns einen genaueren Blick auf die Schattenseite werden. Während Nostalgie mehrere psychologische Vorteile bietet, kann das... Ich habe das so ein bisschen bei meiner Community gemerkt, wenn es um so alte Alblali-Videos geht. Das fackt mich auch so ein bisschen ab, weil ich zum Beispiel, ich habe mit diesen alten Alblali-Videos abgeschlossen, ich will nicht mehr Dönerbuden-Ali machen, ich will nicht mehr Ali-Tels machen, aber Nostalgiker innerhalb meiner Community versucht mich immer wieder zu überreden, dass ich diese alten Formate mal wieder machen soll, dass ich mal wieder Ali-Tels machen soll, dass ich mal wieder Dönerbuden-Ali machen soll, dass ich mal wieder mit irgendwelchen Leuten was machen soll, mit denen ich seit 10 Jahren nichts mehr zu tun habe. Und das ist so nervig, man. Als wäre ich irgendwie so eine Cartoon-Figur oder irgendeine Serie, wo man dann dem Publisher sagt, bitte mach die Serie mal weiter. Bro, ich bin ein echter Mensch. Habt ihr schon jemals was von dem englischen Begriff Nostalgie, die Pressure gehört? Wenn nicht, dann seid ihr vermutlich nicht die einzigen. Darunter versteht man die toxische Art der Nostalgie, bei der die Sehnsucht nach der Vergangenheit so groß ist, dass man immer unzufriedener mit der Gegenwart wird. Das Ganze kann wirklich in einer Depression enden. Dafür gibt es aber jetzt keinen offiziell anerkannten Begriff. Also mit Nostalgic Depression werdet ihr höchstwahrscheinlich nicht diagnostiziert werden. Dazu passend gab es im Jahr 2012 eine Studie über mögliche negative Auswirkungen von Nostalgie. Und das Ergebnis zeigte, diejenigen, die sich häufiger im Alltag Sorgen machen, die tendieren ebenfalls dazu, eher depressionsartige oder Angstgefühle zu erleben, wenn sie über ihre eigene Vergangenheit sprechen. Das hört sich ganz schön heftig an. Aber... Okay, also ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass Menschen, die im Alltag mehr Angst und Sorgen haben, sich eher in Nostalgie verlieren, weil es ja auch irgendwo an der Komfortzone ist, ne? Und bei mir zum Beispiel ist es auch manchmal so. Also wenn ich irgendwie Auto fahre und aus welchen Gründen auch immer geht es mir nicht gut, ich bin traurig oder ich habe Angst, dann mache ich manchmal so alte Anime-Intros an. Von irgendwelchen Anime, die damals auf RTL 2 liefen, so Dragon Ball Z, Jan die Kamikaze-Dieben und dann singe ich mit und das gibt mir richtig krassen nostalgische Gefühle. Dabei haben wir noch gar nicht über das Hauptproblem geredet. Es gibt vier Gründe, warum gerade der Content auf Social Media das Potenzial hat, eine nostalgische Depression auszulösen. Und alles fängt mit der toxischen Dosis an. Es ist ein komplett natürlicher Wesenszug des Menschen, hin und wieder in die Vergangenheit zu blicken. Aber ist es normal, jeden einzelnen Tag mehrmals an die eigene Vergangenheit erinnert zu werden? Nein, auf keinen Fall. Es gibt, wie gesagt, ein gesundes Maß an Nostalgie. Aber wenn man hier... Boah, aber das stelle ich mir irgendwie auch ein bisschen schlimm vor, wenn man so den ganzen Tag im Bett schielt und auf TikTok irgendwelche Videos anguckt, darüber, wie früher alles besser war. Also das muss ja so krass deine Wahrnehmung verzerren. Also auch so zu tun, als wäre heute alles scheiße und alles düster und so, das stimmt ja nicht. Wenn man zum Beispiel auf Social Media unterwegs ist und täglich mehrmals Content vorgeschlagen bekommt, der jemanden genau an diese Vergangenheit erinnert, kann dieses gesunde Maß relativ schnell in ein toxisches überkippen. Und dann wird die ganze Sache gefährlich. Dadurch, dass wir sehr viel auf Social Media sind, wird dieses Maß an Nostalgie einfach nicht mehr kontrollierbar. Und hier kommen wir zu einem Punkt, der mir persönlich stark am Herzen liegt. Und zwar die Manipulation auf Social Media. Früher gab es keine Videos, die einem tagtäglich einfach gezeigt haben, wie schön doch die Vergangenheit war. Uns Teenagern von heute wird quasi gar nicht mehr die Möglichkeit gegeben, erwachsen zu werden, weil wir so stark in unserer Vergangenheit kleben, weil wir ständig daran erinnert werden. Das Älterwerden fällt damit vermutlich unserer Generation viel schwieriger als allen zuvor. Wenn man es genau betrachtet, dann wirkt es einfach so, als würde uns Social Media ständig sagen wollen, die Zeiten, in denen es dir gut gegangen ist, die schönen Zeiten sind jetzt vorbei. Was mich so extrem stört, ist, dass uns ständig vor die Nase gehalten wird, wie wir uns zu fühlen haben. Die Vergangenheit wird ständig romantisiert, während sich die Gegenwart immer mehr traurig und einfach nur beschissen anfühlt. In Wahrheit will ich... Ja, die Sache ist, man denkt auch, dass die 80er zum Beispiel so eine unbeschwerte Zeit war. Alle waren ja so glücklich und so weiter und so fort, aber das stimmt ja auch nicht, ne? Also im Kalten Krieg hatten die Leute die ganze Zeit Angst davor, dass jeden Moment ein Weltkrieg startet, wegen dem Kalten Krieg. Und das ist eine Sache, die wir nicht mitbekommen haben, aber wenn man so zurückblickt, dann hat man das Gefühl, so die 80er, boah, was für eine bunte und schöne und glückliche Zeit. Man vergisst vieles. Mittlerweile fangen Leute an, für Corona nostalgisch zu werden. Und ich kann es, also es klingt vielleicht ein bisschen Delulu, aber ich kann es ein bisschen verstehen, so diese 2020-Zeit war schon irgendwie, also wenn ich so zurückdenke, dann empfinde ich das nostalgisch. Das ist crazy. ...menschen wahrscheinlich keinen Gedanken an solche Belanglosigkeiten verschwenden und einfach ihr Leben leben. Einmal war man mit 18 Jahren glücklich, dass das Leben beginnt und heute kommt es mir so vor, als würden die Menschen ihren Geburtstag als eine Art Trauerfeier sehen. Hier ein kurzes Beispiel, was die Mentalität unserer Generation einfach perfekt veranschaulicht. Wir sind näher an 2040 als 2006. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst, also 2006 fühlt sich auch nicht nah an. Also ich habe nicht das Gefühl, dass 2006 irgendwie gestern war oder so. Also natürlich sind wir an 2040 näher dran. Aber wen juckt's? Also ich würde es eher verstehen, mit so etwas wie, wir sind näher an 2030 als an 2013. Ich glaube, das würde mehr kicken als 2040 und 2006. Das Ganze hat nichts mit Rationalität zu tun. Wir lassen uns von Zahlen einem Konzept, das nicht abstrakter sein könnte, total verrückt machen. Die Zeit geht nun mal nicht rückwärts. Das ist eine der wenigen Dinge... Tobias hat geschrieben, Bro, ich kann mich an 2006 gar nicht erinnern, ich war da schon neun. Ich habe 2006 mein erstes YouTube-Video hochgeladen. Ich bin ein alter Opa. ...denen wir genau gar nichts ändern können. Und trotzdem trägt all das irgendwie dazu bei, dass es sich in meinem und in den Köpfen vieler anderer wahrscheinlich auch einfach so anfühlt, als wäre die Zeit an einem vorbeigeflogen. Social Media verändert unsere Wahrnehmung. Und deswegen, Pro-Tipp, mach deine Highlight-Liste. Mach das wie ich. Mach so eine Jahres-Highlight-Liste, zum Beispiel, ihr schreibt 2024 Doppelpunkt und dann macht ihr so Januar Doppelpunkt, Februar Doppelpunkt, März Doppelpunkt, also jeden Monat. Und da schreibt ihr Sachen rein, was ihr Cooles in diesem Monat erlebt habt. Also schreibt euch wirklich so Events auf, macht euch so eine Liste und dann könnt ihr immer zurückblicken und euch sagen, boah, in diesem Jahr habe ich das und das und das und das erlebt, weil das meiste vergisst man. Wenn ihr das nicht tut, ist das meiste einfach irgendwo im Void. Ihr habt das meiste irgendwann einfach vergessen. Aber wenn ihr alles aufschreibt, dann seht ihr erst einmal, wie viel ihr in einem Jahr erlebt und ich mache das seit 2018. Das ist so cool. Ich kann immer auf mein Handy zugreifen und ich weiß genau, was ich 2018 gemacht habe, bis 2024 und dadurch habt ihr nicht das Gefühl, dass das Leben easy an einem vorbeizieht. Dadurch habt ihr das Gefühl, dass ihr echt viel erlebt und manipuliert unser komplettes Zeitempfinden. Am Ende bringt dieses Video hier nur eine Sache und das ist ein extrem schlechtes Gefühl. Entweder wir akzeptieren, wie es ist und lernen damit umzugehen oder wir entscheiden uns, uns weiter in diese Sachen reinzusteigern, indem wir genau solchen Content konsumieren. Früher war alles besser. Ein Satz, den vermutlich die Großeltern unserer Großeltern ihren Kindern schon gesagt haben. Aber stimmt das auch? Geht heute wirklich alles den Bach hinunter? Ja, was einige Dinge betrifft schon. Ich glaube, es ist kanon, dass R2-D2 ein Lesbier ist. Spaß beiseite, denn die richtige Antwort ist gar nicht so einfach. Ständig die gegenwärtigen Erlebnisse mit der Vergangenheit zu vergleichen, gleicht Äpfeln mit Birnen zu vergleichen. Die Gegenwart wird unseren idealisierten Erinnerungen nie gerecht werden. Was meine ich damit? Sobald man die Dinge miteinander vergleicht, wird man sowieso schon mal unzufrieden. Nicht umsonst heißt es, der Tod jeden Glücks ist der Vergleich. Sehen wir uns als nächstes die psychologische Seite an. Oh, die verzehrte Erinnerung. Ich kann das mit einer Festplatte verglichen, aber wenn es um die Funktionsweise geht, gibt es da sehr große Unterschiede. Unser Gehirn hält nicht alles Geschehene einfach eins zu eins fest, sondern komprimiert und organisiert diese ganzen Informationen immer wieder neu. Dabei werden alte Erinnerungen ständig überschrieben. Was tatsächlich passiert ist, wissen wir häufig gar nicht mehr. Die Grenzen zwischen der Realität und der romantisierten Erinnerung verschwimmen. Rosige Retrospektion. So nennen die Psychologen zumindest diese Tendenz, die Vergangenheit durch eine rosa-rote Brille zu sehen. Und das ist nur eine der extrem langen Liste von sogenannten kognitiven Verzerrungen, welche unsere Gedanken, unsere Erinnerungen oder unsere Wahrnehmung komplett verändern. Beziehungsweise... Ich glaube, ihr habt einfach so eine Wahrnehmungsstörung, Freunde. Irgend so eine Wahrnehmungsstörung. Kognitivverzerrung. Ich finde das so krass, ne? Wodurch unsere Wahrnehmung immer verzerrt wird. Sei es irgendwelche Erinnerungen, sei es Social Media. Also im Grunde können wir nie hundertprozentig sicher sein, was gerade Realität ist. ... eben verfälschen. Das beste Beispiel dafür ist wahrscheinlich die Schulzeit. Die meisten von uns würden wahrscheinlich die Schulzeit rückblickend als eine überaus entspannte und eigentlich sorgenfreie Zeit beschreiben. Hätte man uns aber damals darauf angesprochen... In der Schulzeit haben sich meine ganzen Traumata gebildet. Die Schulzeit ist schuld. Natürlich auch Haushalt so ein bisschen. Aber ich habe zum Beispiel durch die Schulzeit extreme Angst vor so Dokumentenangelegenheiten. Also wenn es irgendwie um so Finanz... Also um Steuerberater geht. Also der Steuerberater will beispielsweise jetzt von mir, dass ich für irgendeine Erklärung Dokumente von meiner Krankenkasse nachreiche und von meinen Immobilien und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ob ich diese Dokumenten habe. Bestimmt irgendwo, aber ich müsste sie erstmal suchen. Das erinnert mich so krass an Hausaufgaben. Ich bin direkt so geistig überfordert, weil ich damals nie meine Hausaufgaben gemacht habe. Also Elternsprechtage war wirklich das Schlimmste. Ich habe zu Hause gesetzt und dachte mir, oh mein Gott, gleich wenn meine Eltern nach Hause kommen, ich kriege so Ärger. Und da hat sich wirklich auch Panik entwickelt. Keine Ahnung, die Schulzeit fand ich gar nicht gut. Ich konnte mich auch gar nicht konzentrieren. Wochen hätten wir vermutlich komplett anders darauf reagiert. Ich meine, wenn ich zurückdenke an meine Volksschulzeit, ist der erste Impuls eigentlich nur positiv. Aber umso länger ich darüber nachdenke, desto mehr komme ich drauf, wie viele Dinge eigentlich belastend und negativ waren. Falls du also das nächste Mal in Erinnerung erschweren solltest, dann bedenk, dass unser Gehirn ganz schön gut darin ist, hier und da ein paar Anpassungen vorzunehmen. Also, wenn ihr merkt, dass ihr euch vielleicht stärker in solche Dinge reinsteigert, dann überlegt euch vielleicht das nächste Mal zweimal ob dieser Content wirklich wert ist, konsumiert zu werden. Versucht jeden neuen Tag auf der Erde als Geschenk zu sehen. Als etwas, was nicht selbstverständlich ist. Wir sollten uns einfach darüber freuen, dass die... Ja, natürlich, wenn jetzt Leute sagen, aber dafür braucht es eine gewisse privilegierte Position, dafür braucht es Geld. Nicht jeder kann einfach eine schöne Zeit haben. Das ist einfach gesagt als getan. Das mag sein, aber was hat man denn für Alternativen, als einfach das Beste aus seiner Situation zu machen? Und ich finde, das ist der Punkt, den viele halt nicht angehen. Also viele versuchen nicht, aus ihrer Situation das Beste rauszuholen. Und theoretisch, wenn du jetzt gerade so genug Geld hast, wenn du, keine Ahnung, in deinem Apartment lebst oder bei deinen Eltern oder wo auch immer, also wenn du so ein ganz normales Durchschnittsleben in Deutschland hast, dann kannst du dir ein schönes Leben gestalten mit gewissen Entscheidungen, die du triffst. Und das ist, ich verstehe das, das ist einfach gesagt als getan und so wie ich das sage, setzt es lediglich unter Druck, aber es ist möglich. Also es ist jetzt nicht komplett unmöglich und es ist auch nicht alles scheiße. Die Vergangenheit so gewesen ist, wie sie gewesen ist, anstatt eben darüber zu trauern, dass sie vorbei ist. In nur wenigen Jahren wird diese Zeit, in der du selbst viel zu sehr damit beschäftigt warst, was in deiner Vergangenheit passiert ist, die neue nostalgische Erinnerung sein. Es wird immer eine Zeit geben, an der wir uns zurücksehen. Zyro, vielen, vielen Dank für dich, Stab. zu genießen und dem Jetzt zu leben. Mit diesen Worten will ich dieses kleine Downer-Thema auch beenden und wir sehen uns im nächsten Video. Falls ihr generell Probleme damit habt, mit Social Media aufzuhören, schaut gerne bei... Und hier hat zum Beispiel eine in den Kommentaren geschrieben, Yo, ich schreibe normalerweise nicht großartig Kommentare, aber das muss ich jetzt einfach mal loswerden. Danke, wirklich. Irgendwie habe ich das Gefühl, dein Video hat mich ein bisschen in die Realität zurückgezogen. Ich hatte wirklich etwas zu kämpfen die letzten Monate und hing auch immer mehr an meiner Kindheit. Dieser Nostalgie-Trend hat mein Denken immer weiter bestärkt, wie schön doch früher alles war. Aber dieses Video hat mich etwas wachgerüttelt und mich zum Nachdenken angeregt und ich fühle mich schon ein bisschen besser. Und ich finde, das ist ein schöner Kommentar.